In diesem Video geht es um die besten Sous Vide Sticks. Der Qualitätssieger in unserem Sous Vide Stick Test geht an den Klarstein Quickstick. Ursprüngliches Kochen langsames Garen bei relativ niedrigen Temperaturen sorgt für besonders gesunde Speisen und einen intensiven Geschmack. Bei der Zubereitung werden viele wertvolle Nährstoffe und Vitamine eingeschlossen. Aromen bleiben erhalten und Fleisch oder Gemüse bleiben zart und saftig. Die Zubereitung ist sehr einfach Zutaten vorbereiten, je nach Rezept noch Gewürze und Flüssigkeit hinzugeben, einschalten und fertig. Die Bedienung erfolgt intuitiv und einfach über das LCD-Touch-Display. Gewünschte Wassertemperatur und Dauer eingeben, fertig. Einfacher geht es nicht. Der Quickstick erhitzt bis zu 20 Liter Wasser schnell und zuverlässig. Dabei wird die gewünschte Temperatur jederzeit konstant gehalten. Die Elektrik des Quickstick ist zuverlässig gegen Wasser abgedichtet. Der Quickstick lässt sich einfach und fest mit der Geräteklammer am Topfrand befestigen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kirio SuSuite. Einfach zu benutzen. SuSuite Gara braucht nur drei Schritte. Schnelleres Kochen mit 1100 Watt. Der Leistungsstärke Motor erhitzt Essen 20% schneller als andere Präzisionskocher. Mit 360 Grad Wasserkreislaufsystem fällt SuSuite Gara leichter, die Temperatur des Wassers konstant zu halten und leckereres Essen zu genießen. Mit dem SuSuite Einhängethermostat können Sie Stegs, Geflügel, Fisch, Eier und Gemüse professionell und gleichmäßig zubereiten. Einfach zu bedienen. Sie können mit dem Kochen beginnen, indem Sie einfach die Zahlen auf dem LCD-Bildschirm erhöhen oder verringern und Temperatur und Zeit einstellen. Clip behoben. Befestigen Sie den SuSuite Herd mit einer vollständig einstellbaren Klemme an einem Topf oder Behälter. Befestigen Sie den SuSuite Kocher fest an der Seite des Behälters oder Topfes. Machen Sie sich keine Sorgen um die Größe des Topfes. Der Preis-Leistung-Sieger in dem SuSuite Stick-Test ist der Profi-Cook PCSV. Mit der Wasserumwälzung von 7 bis 8 Liter pro Minute bleibt die Temperatur stets konstant. Dies ermöglicht einen besonders sanften Garprozess für Ihre Lebensmittel. Das Wasser wird schnell auf eine Temperatur zwischen 40 und 90 Grad erhitzt. Das blaue LED-Multifunktions-Display zeigt Ihnen die gewählte Temperatur, die aktuelle Temperatur und den Timer an. Mittels Sensor-Touch-Steuerung ist eine einfache Bedienung gegeben. Mit Hilfe der integrierten Befestigungsklammer lässt sich das Gerät einfach am Rand des Kochtopfes befestigen. Mit Hilfe der hochinnovativen Technik, dem modernen Design, dem hochwertigen Edelstahlgehäuse und den zahlreichen Funktionen garantiert der PCSV 1126 von Profi-Cook optimale Ergebnisse ihrer Fleisch-, Fisch-, Gemüse- und Obst-Spezialitäten. Gemüse und Obst bleiben beim Garen knackiger und die Farbe schwindet nicht. SuSuite Garen ist die perfekte Lösung zum Erhalt der wertvollen Nährstoffe. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.